Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PlayNation News. Heute an diesem fabelhaften Mittwoch, mitten in der Woche, Patrick. Wunderschön, Sonne scheint. Und das Coole ist, was viele gar nicht wissen, PlayNation News ist tatsächlich das Format, was am aktuellsten ist. Das heißt, wir zeichnen das Dienstag auf und es kommt schon am Mittwoch. Geil, oder? Kleine Insider-Information. Was haben wir denn heute für Brocken dabei, Patrick? Wir sprechen heute über einen SWAT-Taktik-Shooter, ein bisschen wie Rainbow Six Siege, aber halt auch mit Singleplayer-Story, Ready or Not. Und wir sprechen über die am schlechtesten bewerteten YouTube-Videos. Los geht's. Bap, bap. Leute, Ready or Not? Here I come. So, also, pass mal auf. War nicht geübt, Patrick, sehr gut. So, also, Leute, wir haben... Alles ohne Skript hier bei uns in den News. Sicher, der Teleprompter-Stock gerade. Dennis, auf die Schulter schlagen. So, also, Leute, kommen wir zurück zum Thema. Ready or Not. Viele von euch kennen ja Rainbow Six Siege, oder? Ich dachte gerade in der Regie, ich dachte immer, es hat Telefoner... Da telefoniert gerade jemand. Viele von euch kennen ja den Taktik-Shooter Rainbow Six Siege oder eben SWAT. Und SWAT ist ein Spiel, welches ja eine Singleplayer-Kampagne hatte, genau wie die alten Rainbow Six-Teile. Und der neue Ableger von Rainbow Six ist ja komplett online. Genau. Und jetzt hat man sich gedacht, warte mal, die Leute, die wollen sowas doch haben. Und ein Indie-Entwickler-Studio setzt diesen Traum jetzt um. Genau. Royd Interactive ist dieser Entwickler. Und die entwickeln jetzt seit einem Jahr, seit Juni 2016, an dem SWAT-Taktik-Shooter namens Ready or Not. Es gibt eine Singleplayer-Kampagne. Aber man kann auch mit bis zu acht Spielern dann im Multiplayer spielen. Und ganz ehrlich, genau das fehlt. Sowas gibt es momentan einfach nicht. Bei Rainbow Six Siege haben ja viele gesagt, ja, ist ganz cool, Multiplayer ist ja auch gut angekommen. Aber ganz viele haben gesagt, ich hätte gerne eine Singleplayer-Kampagne bei Rainbow. Ich glaube, das wäre gut angekommen, weil SWAT früher, ich habe das mega gerne gespielt. Ich glaube, mit bis zu, mit vier weiteren Team-Einheiten oder Team-Mitgliedern ist man dann in die Häuser rein, hat die Geiseln befreit und so. Es war unglaublich spannend. Aber sehr, sehr schwer. Und es war eine Planung vonnöten. Und das soll bei dem neuen Titel Ready or Not auch der Fall sein. Das heißt, bevor ihr einen Einsatz überhaupt angeht, müsst ihr überlegen, welche Taktik ihr nehmt. Ihr könnt auch tatsächlich so den Einsatz gestalten, dass ihr die Zielperson gar nicht tötet, sondern einfach mit Gummigeschossen oder sowas ausschaltet. Wir haben ja gerade schon den Trailer im Hintergrund gesehen. Den könnt ihr euch komplett auf playnation.de in der Videobeschreibung hier unten angucken. Und da seht ihr auch schon ein bisschen, was für eine Grafik soll die Unreal 4 Engine dabei sein. Das sieht sehr schön aus. Auch die ersten Screenshots hauen uns schon um. Und der Fokus liegt halt auf realistischem Vorgehen. Also wie Dennis schon meinte, kein tödliches Vorgehen ist auch möglich. Es gibt Pfefferspray, Taser, Gummigeschosse. Und ja, man kann dann zum Beispiel auch die Schritt- oder die Laufgeschwindigkeit ändern, wie zum Beispiel bei DayZ. Man kann Türen langsam oder schnell öffnen, was natürlich taktisch auch sehr, sehr wichtig ist. Und auch die Waffen sind recht realistisch, was halt dann den Rückstoß anbelangt oder die Durchschlagskraft. Dann kann man auch mal durch eine Tür schießen, wie bei Rainbow ja auch. Und das ist auf jeden Fall wichtig bei so einem Spiel. Ich freue mich auf jeden Fall. Release ist noch nicht bekannt. Aber ich hoffe, da gibt es jetzt bald mehr zu. Genau. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ob es ein Konkurrent zu Rainbow Six werden könnte. Oder ob er sagt, oh, nee. Also ganz ehrlich, ich bleib bei Siege. Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und was ihr euch von so einem Spiel noch wünscht. Welches Feature hättet ihr noch gerne? Lasst es uns, wie gesagt, unter diesem Video in den Zeilen wissen. Ein neuer Assassin's Creed Teil. Eigentlich sollte Assassin's Creed ja Assassin's Creed Empire heißen. Aber es könnte doch sein, dass er anders heißt und dass er schon in diesem Jahr veröffentlicht wird. Jetzt gibt es einige neue Leaks. Genau. Also wir sprechen ja am Montag, am kommenden Montag bei Mafakio schon über Leaks. Ihr kennt das ja alle. Wir standen schon öfter hier und haben über Leaks gesprochen. COD, Destiny 2. Und jetzt trifft es eben Assassin's Creed. Und es gibt ja schon länger die Gerüchteküche, die ist am Boden, schon länger, dass Assassin's Creed in Ägypten spielen soll. Ja, da gab es verschiedene Namen. Empire, Series, jetzt Origin soll das Ganze heißen. Und wie kommen die Leute eben darauf, dass dieses Setting jetzt der Fall sein soll? Es gibt einen Typen, ja, der in einem Reddit-Forum geschrieben hat und ein Reddit-Thread hat er geschrieben. Ey Leute, ich arbeite bei einer Firma, die Pre-Oder-Karten herstellt. Und dadurch hat er Zugriff auf Artworks, ja, auf Artworks, auf Bildmaterial von den ganzen Entwicklerstudios. Darunter befindet sich nicht nur Far Cry 5, welches angeblich im Wilden Westen spielen soll. Nein, sondern auch Assassin's Creed Empire. Ja, ja, so soll das, oder Origin heißt es, glaube ich. Genau, Origin. Genau, und zu sehen ist auf diesem Artwork einen Assassin mit Pfeil und Bogen, wie er in Ägypten unterwegs ist. Und da stellt sich eben die Frage, hat er bloß, ja, Dünnschiss erzählt oder ist das wahr? Und wenn man jetzt alle Gerüchte zusammennimmt, die schon länger auf dieses, ja, wie sagen wir, Szenario zutreffen, dann kann es sein, dass wir wirklich im Winter 2017 Assassin's Creed in Ägypten bekommen. Genau. Ägypten, also auf diesem Artwork ist halt nicht nur dieser, oder ein neuer Assassin zu sehen, sondern auch eine Pyramide und man hat ja schon lange, lange gemunkelt. Und insofern kann das sein. In der Vorwoche der E3 könnte es dann endlich eine Ankündigung, eine Enthüllung geben oder dann auf der Spielemesse bzw. auf der hauseigenen Pressekonferenz von Ubisoft. Genau, also, wie gesagt, es ist alles noch vorbehalten, denn hier wurde nichts angekündigt oder bestätigt seitens Publisher Ubisoft. Aber, ich bin mal ganz ehrlich, wenn wir mal zurückdenken, ja, wir hatten jetzt London schon, wir hatten Paris, wir hatten ganz viele andere Städte, Italien. Jerusalem, keine Ahnung, der erste Teil, glaube ich. Weil Assassin's Creed hat die Assassin's Creed auch in Italien gespielt? Ja klar, mit Ezio, musst du auch in Italien gespielt haben. Ist auch egal. Also, letztes Jahr hat Ubisoft ja Watch Dogs 2 veröffentlicht. Jetzt haben sie nämlich folgendes System bei Ubisoft. Die Community hat damals alle bemängelt, dass das Problem war, dass die Story und die technische Umsetzung von Assassin's Creed aufgrund der jährlichen Veröffentlichung, ja, wirklich darunter gelitten hat. Und jetzt hat man bei Ubisoft gesagt, pass auf, wir machen das so, wir bringen jetzt Assassin's Creed, ja, ich glaube alle zwei Jahre Zyklus haben sie jetzt, raus. Und dazwischen kommt ein anderer Titel, wie Watch Dogs 2 letztes Jahr. Deswegen kommt dieses Jahr höchstwahrscheinlich Far Cry 5 und eben Assassin's Creed. Bei Far Cry 5 kann man auch noch ganz kurz andeuten, es soll im Wilden Westen spielen, aber da gibt es auch noch keinerlei Informationen, außer wieder Gerüchte und eben angebliche Leaks. Bin ich mal gespannt. Wilder Westen ist auf jeden Fall ein cooles Setting, ne? Ich sag nur Red Dead Redemption. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu in den Kommentaren sagt. Könntet ihr euch vorstellen, in Assassin's Creed, ähm, ja, die... Eine Pyramide hochzuklettern. Boah, das ist aber geil. Und man muss ja auf der Pyramide sitzen und die Welt freischalten, wie bei Ubisoft, ne? Das ist ne Idee, Leute. Haut in die Kommentare, welches Setting ihr euch noch wünscht. Vielleicht den Zweiten Weltkrieg würde ich persönlich cool finden. Den Zweiten Weltkrieg in Assassin's Creed. Stell dir das mal vor. Da hatte man bei Unity ja ein bisschen diese Rückblenden. War man ja. Die Ben bekommen eine Geilzeit-Erhöhung. Ja, das war so laut, ihr habt's alle gehört. So, weiter geht's. So, Freunde, kommen wir jetzt zu einer News, die eigentlich keine News ist. Oh, ey, ich muss ganz kurz... Oh Gott, ey. Also, pass auf, Leute. Wir haben uns mal gedacht, viele von euch stellen sich ja immer die Frage, die größten YouTuber, wer ist der beste YouTuber, wer hat die meisten Views? Aber wir müssen uns die Frage mal stellen, wer ist eigentlich der schlechteste YouTuber? Oder zumindest, welche Videos haben eigentlich die schlechteste Bewertung auf YouTube, ja? Gott sei Dank sind wir nicht dabei. Das war ne anstrengende Recherche. Ich musste mir alle schlechtesten Videos angucken auf YouTube. Und ausschlaggebend, warum wir darüber sprechen, ist natürlich das Musikvideo von Bibi. Ja, ihr habt's alle mitbekommen, ist jetzt draußen, hammergeil. 22, 23 Millionen Aufrufe, 1,6 Millionen Dislikes. Ich muss aber ganz kurz eine Sache sagen, ja? Wirklich, diese zwei Sekunden müssen wir uns nehmen. Das ist Bibi, ihr kennt sie alle. Ach, das ist Bibi. So, und ich muss eins sagen, 23 Millionen Aufrufe in drei Tagen musst du erst mal schaffen. Oder vier Tage mittlerweile. Und ich glaube, ich glaube, diese schlechte PR dieses Songs war eigentlich das Beste, was Bibi passieren konnte. Und ich finde, also dafür hat sie meinen Respekt verdient, das muss ihr erst mal einer nachmachen. Ja, also so viel kann man verraten. Sie ist in den Top Ten der am schlechtesten bewerteten YouTube-Videos international. Genau, und da gehe ich direkt nochmal einen Schritt weiter. Viele sagen ja, die Dislikes entstehen aus Neid, aus sonst was. Die Frage ist, entstehen diese Dislikes des Videos wirklich aus Neid oder entstehen die Dislikes auf das Video aufgrund von schlechter Produktion? Weil wer sich mal hinsetzt, ich gebe euch den Tipp, setzt euch mal zu Hause hin und übersetzt den Songtext dieses Songs auf Deutsch. Ja, auf Deutsch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Mist ist. Es gibt überhaupt keinen Sinn, vorne bis hinten nicht. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich könnte, würde ich das Video fünfmal disliken. Sag ich ganz ehrlich, nicht aufgrund, nicht aufgrund von Bibi, ich meine nicht die Persönlichkeit, sondern die Umsetzung. Und das ist einfach meiner Meinung nach, ich raste jetzt hier gerade aus, ich weiß, aber das ist meiner Meinung nach einfach pure Geldmacherei, diese Songs. Und dann hinzugehen, ja, da muss ich auch ganz kurz sagen, hinzugehen und sagen, ey, Leute, wenn ihr euch die CD kauft, müsst ihr jetzt vorbestellen, weil es ist ja limitiert. Es kann sein, dass ihr das hinterher keinen kriegt. Und dann haut die in der Beschreibung links rein, wo ihr die CD kaufen könnt. Und ich dachte, die gibt es nur, und ich habe mir die CD gekauft. Mann, Patrick! So, Entschuldigung. Aber man muss noch dazu sagen, bevor wir die Top Ten der am schlechtesten bewerteten YouTube-Videos jetzt vorlesen, das sind fast alles Musikvideos. Und die sind nicht nur schlecht bewertet worden, die haben natürlich auch mega viele Aufrufe. Das sind auch Überraschungen dabei. Wir haben teilweise, das auch, eine Milliarde Aufrufe oder mehrere hundert Millionen Aufrufe und natürlich auch sehr, sehr viele Likes. Nicht nur Dislikes, sondern auch insgesamt sind das zum Teil die Videos, die am meisten gesehen worden sind auf YouTube. Also nicht nur einfach schlechte Videos, sondern insgesamt sehr viele Leute, die bewertet haben. Ich finde Platz zwei toll. Platz zwei finde ich toll, aber verraten wir nur nicht. Also, fangen wir mal, wir fangen hinten an, okay? Nicht Platz eins verraten. Moment, da muss ich aber, Moment. Wir fangen hinten an. Ich habe auch nochmal hier Platz 27, weil die Damen hörst du ja auch gerne. Das ist krass. Adele, ihr kennt sie alle mit Hello, der Song ging ja, was weiß ich, wie durch die Welt, hat 630.000 Dislikes. Und ist seit dem 22. Oktober 2015 online. Aber dementsprechend auch sehr viele Likes. Ich glaube, die hat Milliarden, ist das nicht eine Milliarde Views? Ich glaube, vielleicht eine Milliarde Views oder so 800, 900 Millionen. Also daher ist die Relation. Insofern, 630.000 ist jetzt gar nicht, ja ist schon viel, aber das ist nicht. Ein internationaler Megastar, muss man einfach dazu sagen. Platz 17, kommt ein Kandidat, den kennen wir alle. Früher Zocker, jetzt wirklich leidenschaftlicher Rapper. Zum Übergeben kann man da nur sagen. Also, das Rapper gedöhnt's, ja? Nicht der Typ selber, also das ist ja persönlich. Deswegen. Apo Red. Apo Red mit 875.000 Dislikes auf seinen Song Everyday Saturday. Aber was kann der Typ? Selbst Bibi hat ihn jetzt überholt. Ja, Apo Red. Das ist doch mal eine Kampfansage, oder? Hau da mal raus, den nächsten Shit. Ja, Platz 10, ja, die Top 10 beginnt. Ghostbusters, der offizielle Trailer, ne? Habt ihr wahrscheinlich alle gesehen, du wahrscheinlich auch. Da war der Shitstorm sehr, sehr groß von Sony Pictures Entertainment mit 1.047.000 Dislikes. 1.047.000 Dislikes. 1.047.000 Dislikes, meine ich natürlich. Ja, das ist richtig. Und hier muss man bedenken, das lag glaube ich daran, weil man den kompletten Cast mit Frauen besetzt hat. War das nicht irgendwie so? Ja, ja, genau. Ja, also das war auch... Da kommt man durcheinander, ne? So viele Millionen, also... Auf Platz 9 haben wir eine Sängerin, die sich gerne aussieht zu unseren Gunsten und ihre Achselbehaarung zeigt tatsächlich. Das ist Miley Cyrus mit We Can't Stopped und hat 1,3 Millionen Dislikes. So, gehen wir mal weiter. Auf Platz 8 kommt... Ja, den Titel kenn ich. So, Wrecking Ball, Platz 7 auch von Miley Cyrus, da haben wir 1,37 Millionen Dislikes, aber es geht direkt weiter mit Platz 8, äh 6. Platz 6. Darf ich das machen? Das ist natürlich Bibi, die ist jetzt auf Platz 6 eingestiegen, vielleicht mittlerweile schon auf Platz 5, je nachdem wann das Video kommt, mit How It Is, ne, wap, wap, mit 1,638 Millionen Dislikes, aber das Besondere ist, das Video ist halt erst seit dem 5. Mai veröffentlicht worden. Muss auch sich die Frage stellen, ne, das Video ist ja sehr für die junge Zielgruppe, ne. Fandet ihr nicht auch, dass das Video sehr porno-rös gestaltet war? Porno-rös? Also, die liegt da nackt im Bett, ja, äh, ach komm, ich fang wieder an, ich bin ruhig. So, äh... Ich glaub, das ist jetzt, das Video, das jetzt kommt, hat die meisten Aufrufe ever. Ja, das ist richtig, Gangnam Style, Platz 5. Über eine Milliarde, eine Milliarde Aufrufe. Ich weiß aber auch, warum auch so viele Dislikes zustande kommen, guck mal, es sind 1,7 Millionen Dislikes, 1,77 Millionen. Das ist ja nichts. Aber das Problem ist, du musst bedenken, ähm, die Leute auch bei Adele, jetzt fragt man sich, warum disliket man so ein Video? Ich glaube, das liegt teilweise wirklich an Radiosender, weil wenn du nämlich zum Beispiel dich in ein Auto setzt und du fährst los, ja, du fährst vier Stunden, ich sag dir, du hörst einen Song mindestens dreimal und die Radiosender, die spielen die Songs zu Tode oder es werden Werbungen geschaltet auf YouTube, die dann vor den anderen Videos sind und dadurch haben die Leute halt dieses Dislike. Natürlich gibt's auch viele Leute, die den Song scheiße finden, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist halt der Fokus, ne? So, wir machen mal ganz schnell weiter. Platz vier ist... Kodon O... Kodondo O Batao Do YouTube von Aruan Felix. Mit 2,3 Millionen Dislikes. Dann haben wir Friday von Rebecca Black mit 2,6 Millionen Dislikes. Darf ich die zwei machen? Da darfst du eins machen. Und jetzt kommt eine Überraschung. Platz zwei mit 3,533 Millionen Dislikes ist der Trailer zu Call of Duty Infinite Warfare, der ja im letzten Teil, oder im letzten Jahr kam der Trailer und da ist der neue Call of Duty Teil angekündigt worden. Und es geht in den Weltraum. Die Leute fanden das nicht so geil, gerade weil Battlefield 1 angekündigt worden ist und da geht's in den Ersten Weltkrieg. Mittlerweile geht's ja schon wieder in den Zweiten Weltkrieg, aber das war wohl nichts. Auf jeden Fall für Activision eine mega schlappe, aber auch schlechte PR ist gute PR. So, mein Lieblingssong. Und Platz eins ist tatsächlich Justin Bieber mit seinem, war das sein Debütsong auf YouTube? Ich durf schon. Ich hab mir das Video angeguckt und der sah da schon ein bisschen anders aus. Ja, guck mal hier. Bisschen jünger. Ne, der Justin. Ja, mein, mein. So, und lieber Mine Mine, ähm, ja, 7,6 Millionen Dislikes. 7,6 Millionen, du musst dir vorstellen, 7 Millionen Menschen stehen vor dir und buhen dich aus. Alter, Finne. Dafür aber auch ungefähr 20, 30 Mal so viele, die das geil finden, ne? Kiepend. Und die dir deinen, oder ihren Schlüpfer dann zuwerfen. Sch, Schlüpfer. Ja, das war's für heute, Leute. Also ich weiß, der letzte Teil war ein bisschen länger, aber man muss natürlich auch mal ein Statement hier geben und euch auf dem Laufenden halten. Die Liste findet ihr natürlich nochmal. Bist du gar nicht hier drauf auf der Liste? Ich bin nicht hier drauf, ne. Ach, hier, guck mal, Mafurio. Mit GTA 5, Platz. 9 Millionen 723, Süßte. So, und ihr schreibt jetzt mal in die Kommentare, was für euch das schlechteste Video auf YouTube, äh, ja, das schlechteste Video auf YouTube ist. Gummipuppe. Gummipuppe auf Doom. Aber, das war's für heute, Leute. Ja, ihr findet, ihr findet jetzt zwei weitere Videos, die ihr jetzt anklingen könnt, sowie den Abonnier-Button, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Däumchen da und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Die werden wir natürlich alle bei Planation Feedback mit einbeziehen. Danke und haut fleißig in die Tasten. Tschüss. Abonnier-Button. Abonnier-Button. Abonnier-Button.